Ja, hallo, hallo! Chaos Space Marines in der 10. Edition, darum wird es jetzt gehen. Mal eine Fraktion, von der ich ein bisschen Ahnung habe. Wer sich dafür interessiert, ich habe auch Videos noch gemacht über die Space Marines und über die Tyraniten. Auf meinem anderen Gaming-Kanal, aber mit dem Rixer-Dopfen habe ich nicht wirklich viel Ahnung, muss ich sagen. Deswegen sage ich auch über Viecher zu allen möglichen. Egal, aber Chaos Space Marines, ich habe die Boarding-Patrouille gebaut, also ein bisschen Ahnung habe ich davon schon, sozusagen. Gut, schauen wir uns mal die an. Und zwar, die werden auch so ein Detachment haben. Ich weiß gar nicht mehr, wo es steht. Das ist, in dem Fall ist das der Slave of Darkness, irgendwie so heißt es, Detachment. Und die haben eine spezielle Regel. Das ist dieser Pakt, dieser dunkle Pakt, der Dark Pakt. Und zwar, wenn die den machen müssen, müssen sie jedes Mal einen diesen Moraltest, Widership-Test machen. Und wenn sie den gewinnen, dann kriegen sie halt diese tödlichen Treffer oder diese Substant Hit 1. Das heißt, tödliche Treffer ist das, was sagt, die Born Soldiers haben das über den Sechser-Würfel automatisch verwundet. Dann spart man sich sozusagen diesen Wurf von Waffenstärke gegen die Toughness vom Gegner. Entschuldigung, wenn ich die Worte alle durcheinander mische, die Deutschen und Englischen, aber es ist halt leider so. Und bei dem anderen kriegt man dann noch einen zusätzlichen Treffer. Das ist zum Beispiel auch das, was die Stoßtruppen haben. Dass wenn die einen Sechser-Würfel, dann darf man nochmal einen Verwundungswurf zusätzlich machen. Also beides so mehr für stärker den Angriff. So, wenn man jetzt den Test nicht besteht, dann allein die D3 muss würfeln und allein dann maximal zwei tödliche Wunden. Wenn man eine Sechser-Würfel sind es dann, ne, wenn es eine Sechser-Würfel müssten es drei sein sogar. Drei, Vierer werden zwei und Zweier werden eine tödliche Wunde. Das ist so, wie sie das kann man machen. Das kann auch jeder von denen machen, auch die Chaos-Cool-Twisten. Ich habe jetzt mittlerweile 30 davon. Also es werden vermutlich noch mehr, wenn ich für die andere die Killing-Box kaufe. Aber egal, da werde ich noch ein paar Mal darüber auslassen. Ich habe mittlerweile den ganzen Blob gebaut und gebased, die werde ich demnächst einmal zeigen. Also ein riesen Kultisten-Blob und die sind ja normalerweise eigentlich ein bisschen, ja, mit ihren poplichen Waffen ist unwahrscheinlich, dass sie überhaupt irgendwas kaputt machen. Aber wenn die eben diesen tödliche Treffer zum Beispiel landen, ja, auch, dann kriegen sie theoretisch alles kaputt. Und auch ein super schwerer Panzer kann er bei seinem Rüstungswurf an den Einser-Würfel und dann ist er trotzdem getroffen, auch wenn er normalerweise, der Kultist, keine Chance hätte, irgendein auch nur irgendwie einen Kratzer reinzumachen. Von daher können die dann theoretisch doch schon Schaden machen. Und ja gut, wenn da drei Kultisten dann wechseln, weil es nicht funktioniert, dann ist halt Pech. Das ist dann der Motto. Und bei Space Marines wäre das halt dann, im liebsten Fall wäre dann von dem Zehner-Trupp einer tot sozusagen und der andere wäre... Wobei ich weiß gar nicht, ob es, das wäre jetzt genau wie es gemeint, ist die Unit. Das heißt also, dass einer kriegt dann halt, einer ist tot und einer kriegt dann einen Trefferpunkt abgezogen, halt eine Wunde abgezogen. Aber ich habe eine ziemlich starke Fähigkeit, das, wie gesagt, kann jeder machen, beliebig oft. Und in jeder Phase auch, also es gilt dann wohl auch für den Nahkampf. Und ja, das ist halt der Spezialregel sozusagen. Dann gucken wir uns mal die Einheiten an. Das ist auch ganz praktisch, weil die waren auch bei der Boarding-Patrouille dabei, die Legionäre. Von daher habe ich die halt auch gebaut und konnte gleich gucken, ob ich sie richtig gebaut habe. Weil ich war mir dann nicht sicher, ob ich von der Bewaffnung ja nicht doch was falsch gemacht habe. Was mich gleich gestört hat, und zwar das, nochmal auch mit Fokus auf die Imperiale Garde, da hießen ein paar Sternchen dran. Das heißt, manche Waffen, die der Trupp hat, die sind eine ganze Menge aufgeführt schon, was viel besser ist, wie es momentan ist. Momentan, also ich kenne es ja nur von der Imperialen Garde, da steht dann Laserkanone und da steht, kann mit bewaffnet werden. Und die anderen Waffen, die stehen dann alle hinten im Buch und man muss dann blättern. Was ich suboptimal finde, zumal halt der ganze DIN A4-Seite immer Platz wäre, um das eben unterzubringen. Und wie gesagt, muss man jedes Mal rumblättern. Und deswegen habe ich mir die auch extra ausgedruckt auf Warhammerpedia, dass ich halt dann das auf einem Blatt habe. Was heißt, dass ich halt eben die ganze Blättersammlung jedes Mal beim Spiel dabei habe und gucke, wo jetzt mein entsprechendes Blatt ist. Aber das geht trotzdem schneller wie mit dem Buch, habe ich das Gefühl. Gut, egal. Und zwar, ich habe mir gleich geguckt, wo ist mein super Raketenwerfer? Den habe ich natürlich bauen müssen, weil ich den am coolsten fand. Ich meine, so einen kleinen Raketenwerfer kann man doch immer brauchen. Und der, das sieht die Sternchen, die Waffen muss man jetzt bei einem anderen, da wird es also nochmal eine ganze Liste geben, wo alle möglichen Waffen drauf sind. Heißt, da brauche ich dann auch wieder zwei Listen. Auch für die Plasma Gun und auch für die Bolt Gun brauche ich das. Gut, fairerweise, aber jetzt bei der Karte wäre jetzt wirklich nicht mehr Platz, da noch mehr Kram drauf zu machen. Das sehe ich ja irgendwie ein. Aber ich habe dann trotzdem wieder eine Liste für die, wo ich halt nochmal nachgucke. Wo es heißt, ich brauche wieder zwei Blätter für eine Einheit. Das ist ein bisschen, ja. Ist halt dann so. Und wenn ich überlege, die haben zwar schon ein paar Waffen, aber ich meine, die Imperial Guard, die hat trotzdem noch mehr Waffen. Die hat eine Laserpistole, die hat eine Plasmapistole, die hat eine, genau, Plasma haben die auch. Melder haben die auf jeden Fall auch. Die haben Flammenwerfer, die haben Scharfschutz. Die haben die ganze Batteriewaffen mehr. Die haben doppelt so viele Waffen, die die normalen Infanteristen. Und da bräuchte man auch wieder ein zusätzliches Blatt, wo man nochmal nachgucken muss, was der jetzt genau kann. Aber, ah Gott. Ist halt dann so. Wie gesagt, ich finde die Karten schon mal super. Was ich schade finde, es steht nirgendwo drauf, was die genau kosten. Jetzt die Truppen da so ein bisschen, ja. Mit Leadership, da muss man, da muss er dann diesen Leadership-Test machen, wenn er das da oben anwenden will. Von daher wird der Wert noch viel besser, ja besser nicht wichtiger in Zukunft. Weil wenn der Wert hoch ist, ist er die Wahrscheinlichkeit höher, dass er hier keinen Schaden nimmt. Also dann kann er das öfter nochmal anwenden. Von daher, das ist nochmal nicht ganz verkehrt. Was jetzt auch alle Leute schon kritisiert haben, Teil von den Waffen hier, zum Beispiel bei den normalen Space Marines Astratis, gab es zum Beispiel die Boltgun hat zum Beispiel Assault, oder Heavy, was halt jetzt heißt, dass er, wenn er stehen bleibt, besser schießen kann, oder dass er mit der Waffe rennen kann. Das haben die jetzt halt zum Beispiel hier gar nicht, Frage, ob die dann Sprecher sind, aber das kann ich jetzt so nachher nicht beurteilen, da fehlt immer die Erfahrung. Genau, was auch noch haben, ist ja diesen Veteranen des Langen Krieges, weil das sind ja eigentlich die, die Chaos-Space, oder das Verräter-Space, werden jetzt hier zum Teil noch von der Horus-Heresy übrig. Und deswegen haben die dann auch die, die leben halt schon seit 10.000 Jahren, da haben sie halt gelernt zu kämpfen, und haben dann im Nahkampf können, die auch reroll, die die Einzelnen nochmal nachwürfeln. Zudem noch, dass sie halt dann noch diese Bonus bekommen können. Also die, das wird lustig mit denen. Eintrub habe ich schon von denen gebaut, da kommt einer und zwei dazu, ich habe auch noch Transportpanzer für die Chaos-Space, sondern ein paar von diesen Rhinos, drei Stücke gebraucht und gekauft. Du musst ein bisschen reparieren und ein bisschen umbauen, vielleicht auch umbemalen. Und dann kann man die für die Chaos-Space-Marins verwenden, dann wird die Armee schon fast komplett, sozusagen, glaube ich. So, jetzt haben wir hier noch, das ist der Anführer, der Abaddon, der Spoiler, der Anführer der Chaos-Space-Marins. Und der gab es ja auch bei der Boarding-Box, von daher habe ich den auch. Der hat interessanterweise so ein Leadership von fünf, ist aber so halt, na gut, wenn der als die Wert zu hoch wäre, würde er immer diesen Test hier oben bestehen und dann hätte er ja gar kein Risiko mehr. Und er kriegt übrigens auch noch einen Bonus, wenn er diesen Test macht, ähm, wenn er diesen dunklen Pakt macht, wo irgendwo steht's. Ähm. Ne, ich sollte aber im richtigen nachgucken. Dann kriegt er sogar noch mal, ähm, 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 genau, man kann noch mal würfeln und alle ab 2+, also recht wahrscheinlich, ist er kriegt er noch mal ein CP dazu. Und da CPs in der Version, ähm, eigentlich überflegt, ich glaube, du laden kriegt jede Runde einen, sozusagen. Also, die Command-Points, die Kommando-Befehls-Punkte, heißen sie in Deutsch, sind sehr knapp in der Version jetzt. Von daher könnte es schon hilfreich sein. Das könnte er eigentlich fast immer machen. Oder allein schon, dass er Befehls-Punkte kriegt. Wie gesagt, er hat neun, neun Wunden hat er, also, wenn es tun, läuft er drei verlieren, das wäre doof, aber, es könnte auf jeden Fall sinnvoll sein, das öfters mit dem zu machen dann. Dann hat er noch ein paar andere, ähm, wie gesagt, Waffen, die, die, die Pistole oder was er hat, ist ein bisschen, ja, hm, auf der anderen Seite, wenn er damit gut schießt, gut trifft, dann kann er damit auch gleich mal vier Space-Mans töten. Jeder Space-Mans hat zwei Wunden, soweit ich weiß. Wie gesagt, er kennt ihn ganz gut aus. Auf jeden Fall die oben ja auch. Da kann er schon mal ein paar, die dezimieren sozusagen. Und da freue ich mich mal drauf, dass er die Waffe mal anwendet und den ganzen Trupp auslöscht sozusagen. Oder, ich habe ja mal gegen Tyrannien gespielt, das kleine Viechzeug, mit, da, hahaha, wirklich Gewaltfantasien, wenn er da mit, 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 mit 22 Attacken, den ganzen Blob einfach auslöscht sozusagen. Es steht dann nirgendwo dabei, dass man nur eine von den Waffen machen kann, bei anderen steht das dabei. Und die Waffe, ähm, mit 8, mit, ähm, die macht das alles kaputt mit, mit, mit 14, ähm, Stärke. Was ich auch schön finde, ist, bei anderen, ähm, oder früher stand ja, die, muss man gucken, wie viel Angriff hat der Benutzer, und das muss man dann mit denen da unten addieren. und, oder stand der User dabei mit der Stärke, und dann hat man, ist es wesentlich übersichtlicher geworden, und das finde ich auf jeden Fall, Schritt in die richtige Richtung, gerade, wie gesagt, als, äh, Anfänger, ja, wenn ich dann übernachgucken muss, die Sachen nicht auswählen, weil ich weiß, das finde ich halt, die Karten sind schon nicht verkehrt, was schade ist, dass da so kein Preis draufsteht von der Einheit, das wäre noch sowas, wo ich sagen würde, das hätte mich jetzt noch interessiert. Gut, kann alles haben. Fünf Bewegungen sind jetzt zu der Hitze, also die Gardsmen, die sind da schon besteller, aber, ja, dann hat, wie gesagt, eins von denen kann er sich ja was so weit aussuchen, soweit ich es verstanden habe, einmal, ähm, das für, für Verräter Space Marines, jedes Mal, wenn er würfelt, können die Einser, äh, Re-Roll, Hit-Roll, ich frage jetzt, kann ich dann alle einfach nochmal würfeln, oder kann ich einfach nochmal würfeln, das habe ich jetzt, das verstehe ich ganz, weil bei manchen hat der explizit, dass man die Einser nochmal nachwürfeln kann, kann ich jetzt einfach sagen, wow, das Ergebnis gefällt nicht, ich würfel alle nochmal, oder darf ich die, die mir gefallen, nicht gefallen, nochmal neu würfen, das ist ein bisschen, das verstehe ich nicht ganz, aber, gut, ähm, das ist jetzt, da kriegen alle um ihn drum herum, diesen Unverwundbarkeit, oder Invundable Save, heißt, egal, ob der, selbst wenn der Shadow Sword drauf schießt, und dann wird er trotzdem, ich will mich trotzdem mit einem Vierer retten können, was jetzt nicht verkehrt ist, ähm, Frage ist auch, ob das für Chaos-Kultisten gilt, vermutlich nicht, weil, ähm, das ist ja keine, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, was für Keywörter die dann kriegen, weil die haben ja gar keine Panzerung sozusagen, die haben ja, jetzt noch einen Sechser, ähm, Wurf, das heißt, alles, das Panzerung 1 hat, oder Türschlag 1, ähm, haben die schon keine Chance, sich gegen zu retten, ähm, wäre interessant, wenn es auch für die gilt, dann hat man dann 20 Kultisten, die unsterblich sind, so, das wäre lustig, oder, das ist so ein bisschen die, die andere Idee, ähm, das, da kann man diesen Leadership Test nochmal reroll, das heißt, man könnte das da oben machen, weil es nicht funktioniert, was, je nachdem, ja, je nachdem wie gut die Einheit hat, ist, unwahrscheinlich ist, können wir den sogar nochmal wiederholen, dann können wir nochmal weniger Wunden sparen, äh, das nochmal öfter machen, aber, das, das hier in der Mitte ist vermutlich, dann, kommt es darauf an, gegen was man kämpft, das hat zum Beispiel, im letzten Spiel waren dann, äh, gegen Necrons, die hatten ja überall irgendwie, Panzerbrechende Waffen drin, der Publi-Infantrist läuft bei denen mit sowas rum, und dann, wäre halt sowas vielleicht wertvoller, wie jetzt, ähm, andere Sachen, aber, das muss man halt sehen, dann die Flammenwerfer, mh, die treffen halt immer, das hat sich ja nicht geändert, und, ich glaube, der ist ein bisschen geändert worden, dieser komische Drache, ähm, der ist auch in der, ähm, Kampfpatrouille dabei, aber, die will, mit mich als Ergänzung auch halten, aber der Drache gefällt mir überhaupt nicht, mir ist halt egal, was gut ist, ich kaufe ihn, die und die Sachen, die mir gefallen, sozusagen, ähm, ja, sowas interessant ist, ich weiß ja, das war, glaube ich, schon immer so, aber das kann ich nicht beurteilen, aber vom Spiel-Design nehmen wir die eine Einheit, dieses komische Fieder, und das hat jetzt eine Waffe, und die hat drei verschiedene Feuermodi, und so Sachen gibt es jetzt halt, glaube ich, öfters, und zum einen, ja, das ist dieser, sozusagen der Anti-Panzerschuss, mit dem, ähm, Melter, der kriegt dann nochmal mehr, ich glaube, mehr Schaden kriegt er, oder mehr Stärke, wenn er innerhalb von der Nähe ganz nah am Gegner ist, ich glaube, innerhalb von 12, also das ist die Anti-Panzer, die Panzerfaust, sozusagen, von dem, ähm, Fahrzeug ist hier ein bisschen stärker geworden, aber es gibt, sagt, so, mehr dezidierte Anti-Fahrzeug-Waffen, das wäre sozusagen eine, irgendwie davon, der hat nicht viel Schuss, also, der kann dann, am, 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 drei Schuss maximal abgeben, aber wenn die, äh, Stärke 12 ist, halt auch sowas, was Fahrzeug durchaus, ähm, gefährlich werden kann, Panzerung durch Schlag 3 ist auch gefährlich, und 4 Schaden, der macht halt, da könnte, ich glaube, der Lieben Russ hat ein bisschen mehr Punkte noch, wie gesagt, ich weiß das nicht ausfällig, aber 12 Schaden hört sich auch immer meinen Lieben Russ schon böse an, ähm, das könnte halt böse werden, dann, ähm, ist er aber zum Beispiel jetzt gegen kleine Ziele, wie so ein Blob-Gards-Man, ist er mit drei Schuss, er macht halt drei tot, und dann kommt der Rest und den Schieß zurück, von daher, da hilft das nicht viel, da werden es die anderen Feuermodi besser, weil der da wird jetzt mal besser gegen Space Marines, die, der kann halt würfeln, jetzt hat er maximal 6 Schuss, trifft auf die 3, 8, müsste eigentlich auch reichen für jeden, wie gesagt, was, was haben die da oben zum Beispiel für Stärke, die haben 4, heißt, ähm, auch die, da wird dann, die wird dann leichter verbunden mit der 8, ähm, und mit Panzerung 2, deren Panzer ist auch nicht relevant, mit 2 Mütter auch, der könnte 6 Space Marines mit einem Salve sozusagen töten, ist ja die Frage, was kostet der dann am Ende, und das ist sozusagen der Horror für die, die Guards-Man, ähm, da kann er jetzt halt theoretisch 9 Schuss abgeben, ähm, wie gesagt, mit dem 3 oder gut Treffen, Stärke 5 ist 8, bei den Guards-Man weiß ich es mittlerweile, die haben Stärke 3, und der, ich sag immer Stärke zu, zu Tuffness und zur, zur Waffe, das ist halt so, der wäre auf jeden Fall drüber, mit, Panzerung zu Schlag 1, wird es halt, würde ich ihn dann nur noch auf 6 erretten, und Damage 1 reicht exakt für einen Guards-Man, heißt, er könnte fast, bis auf einen Mann, den ganzen Trupp auslöschen, mit einem Schuss, also das fies bisschen, ähm, ist gefährlich, aber wie gesagt, ich finde es von der Mechanik interessant, dass man eine Waffe hat, und verschiedene Feuermodi zum Beispiel, genau, das ist noch eine, das von den Strategien, ähm, das ist ein bisschen die Frage, wie sie es gemacht haben, weil zum Beispiel, ich meinte, sie wollen es vereinfachen, dass es halt weniger, weniger gibt, und jede Taskforce hat halt dann ihre eigenen, oder, nee, Detachment heißt Detachment, das ist zwar jetzt das Slave-to-Darkness-Detachment, diese Karte, ist aber eigentlich, in der, in der Schussphase vom Gegner, wenn er ein Modell gewählt hat, kann das Modell sozusagen, kriegt dann, diese, ja, Fähigkeit nutzen, diese Strategien, und es kriegt dann den Stealth-Wert, was auch immer, das heißt, ich tippe mal einfach, dass es sowas wie, beim Panzer gibt es ja die Rauchwolke, oder sowas, dass der sich dann einnehmen kann, und ähnlich ist es da wohl auch, dass der den halt schlechter trifft, vermutlich, würde es sein, Frage ist dann, ob man das jetzt unbedingt, man dachte es einfach, Rauchwerfen nennen können, dass sie das sagen, dass sie das können, und dass es alle Fraktionen, so eine Fähigkeit zum Beispiel, haben, dann wäre auch klar, was, was meint er damit, wenn der Gegner das macht, ähm, weil es gibt da sogar ganz ähnliche Strategien, die haben nur unterschiedliche Namen, man weiß ja trotzdem, was gemeint ist, wenn die alle gleichen Namen hätten, aber gut, man muss auch mal schauen, was das ist das Design, genau, und wenn man den Nurgle, Gott hat, wie gesagt, die Chaos-Basemans, können sich ja nur irgendwie, Gott wählen, zur Unterstützung, dann, ähm, kann man den auch nur angreifen, wenn der innerhalb von 12, ähm, Inch ist, was ziemlich nah ist, ähm, heißt das, dass man theoretisch, man könnte einen Trupp, eigentlich immer einen nehmen, oder einen Space-Bway-Trupp, wenn der halt diese Fähigkeit hat, und dann könnte er so bis auf 12 an den Gegner ranlaufen, und niemand kann da auf den schießen, und 12 ist halt schon die, die, die Charge-Reichweite theoretisch, wenn er hat zwei Sechserwürfel, könnte er schon im Nahkampf gehen, wenn er so irgendeine Fähigkeit, weil ich weiß ja auch nicht, ob die was haben, wenn er eine Fähigkeit hätte, besser in den Nahkampf zu kommen, dann wäre das halt, ähm, tödlich. Aber würde auch passen zu den Nörgeln, weil, da habe ich auch schon mal gegen die gespielt, die sind ja alle ein bisschen langsamer, und davon, da brauchen die vielleicht auch sowas, oder macht vielleicht Sinn. Gut, finde ich das ganz interessant, was, und nächste, nächste, äh, Montagskampf kommt, ist Highlighter, kommt die Imperiale Garde, da freue ich mich schon drauf, da bin ich schon gespannt, ähm, ja, ansonsten, als jetzt, wenn man mich in nächster Zeit anschüttert, endlich mal den ganzen Panzer, und da alles Imperiale Garde zu bauen, die ich habe, da werde ich vielleicht auch wieder was, wenn wir ein kleines Bauvideo machen, ähm, und wie gesagt, wenn euch da noch mehr Sachen interessieren, ich habe, wie gesagt, dann so, ich habe mal angefangen auf Englisch, und da habe ich eigentlich nur Shorts gemacht, oder fast nur Shorts, und mache ab und zu auch mal ein bisschen längere Videos, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, das verlinke ich mal am Ende, kannst du dir alle Fraktionen angucken, wenn man grüppliches Englisch daran belustigen möchte, ist da genau richtig, dann bis zum nächsten Mal, Tschüss!